Wie ist es, wenn es zu leise wird, aber ohne das Mikrofon geht es wahrscheinlich besser und ich denke, diesen Raum kann meine Stimme durchaus durchdringen. Ich wollte zunächst einmal sagen, Liberalismus ist natürlich mehr als Marktwirtschaft, aber mit Marktwirtschaft will ich mich heute mal beschäftigen und zwar ganz speziell mit der Frage, gibt es da Möglichkeiten zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus zu unterscheiden. Da haben wir in der allgemeinen Diskussion ja ständig eine Gleichsetzung und wir sollten uns da vielleicht bemühen, ein wenig einzudringen und da zu Differenzierungen zu kommen, um dann auch auszuloten, welche Entwicklungsmöglichkeiten hat unsere marktwirtschaftliche Ordnung. Müssen wir mit Defiziten, die wir heute erleben, weiterhin leben oder gibt es da marktwirtschaftliche Wege, diese Defizite, die wir erleben, zu überwinden. Und da in diesen Fragestellungen liegt sicher manche Provokation. Es geht mir heute gar nicht darum, Sie von den Möglichkeiten, die ich hier andeuten will, Sie zu überzeugen. Dazu braucht man mehr Zeit, als heute hier zur Verfügung steht, sondern ich will versuchen, Ihnen diese Ideen ein wenig vorzustellen, damit Sie, weil Sie mal davon gehört haben, dann in Ihrem weiteren Leben vielleicht hin und wieder Anlässe finden, darüber noch mehr nachzudenken. Mehr will ich heute nicht erreichen und deswegen wird manches dann auch bewusst pointiert, provozierend formuliert sein. Und ich will die Einleitung kurz halten, nur kurz machen, damit wir dann in der Diskussion auf die Dinge vertieft eingehen, wo Sie besondere Gegenpositionen beziehen wollen. Und wenn Sie mir dann gestatten, auf Ihre Gegenpositionen vielleicht gelegentlich etwas ausführlicher zu antworten und mir das nicht übel nehmen, ich will es in der Einleitung gar nicht erst versuchen, zu sehr in die Details zu geraten. Ganz klar, Liberalismus ist mehr als Marktwirtschaft, Liberalismus ist Demokratie und Rechtsstaat und wir bemühen uns auch um religiöse und kulturelle Freiheit und wie Ihnen vielleicht schon die Einleitung gezeigt hat, geht es mir persönlich auch sehr um die pädagogische Freiheit, weil wir diese zu wenig entwickelt haben in unserem Bildungswesen und finden wir alle Defizite dessen, was erreicht wird an pädagogischer Qualität und an den Ergebnissen der pädagogischen Prozesse in unseren Schulen. Das nur zu dem Beschäftigungsfeld, das ich durchaus als für den Liberalismus wichtig ansehe, dass man sich mit Kultur, Staat und Wirtschaft beschäftigt und manches in der Wirtschaft erst versteht, wenn man gesehen hat, dass das Kulturleben nach zwar freiheitlichen, aber anderen Motivationen der Beteiligten lebt, als wir sie im Wirtschaftsleben ausleben. Und das von daher manches erst verständlich wird, wenn man beide Pole in Betracht zieht. Den Homo economicus einerseits und sein Gegenbild andererseits, dem ich jetzt keinen Namen geben will. Sie merken schon daran, uns fehlt da eine Sozialwissenschaft, die sich mit dem kulturellen Reichtum der Nationen so beschäftigt, wie die Wirtschaftswissenschaft das jetzt seit über 200 Jahren getan hat. Und das erklärt ein wenig, warum wir in der Bildungspolitik so einen Krebsgang haben, dass es mal mehr Freiheit gibt und dann wieder mehr Zentralismus, dass man in den gegebenen Verhältnissen, die wir sie in der Bundesrepublik haben, da besonders unwohl fühlt und insbesondere ganz aktuell in der FDP da auch wieder sehr streitet, ob wir mit der föderalen Ordnung unseres Bildungswesens gut bedient sind oder ob wir da nicht wesentlich stärker zentralisieren sollten. Es gibt ja dazu dann einen Sonderparteitag und dem sehe ich schon mit gewissen Befürchtungen entgegen. Aber das soll es jetzt sein zum allgemeinen Rahmen. Die marktwirtschaftliche Ordnung zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie die Freiheit der Person, sei es die Freiheit als Produzent, sei es die Freiheit als Konsument, ganz in den Vordergrund stellt und darauf vertraut, dass in freien Verträgen zwischen freien Menschen sinnvolle ökonomische Lösungen zustande kommen. Die Aufgabe der Wirtschaftsordnung ist es dann, dafür zu sorgen, dass im Austausch ökonomischer Leistungen Gerechtigkeit gewahrt wird, Tauschgerechtigkeit gewahrt wird, Leistung gleich Gegenleistung ist, oft verkürzt in den Satz, Leistung soll sich wieder lohnen, sie soll ihren vollen Lohn erhalten, aber das Wesentliche ist eigentlich das Vertrauen darauf, dass im Spiel von Angebot und Nachfrage gerechte Preise erzielt werden können und es ist das Verdienst der Freiburger Schule der Nationalökonomie, zu der auch Franz Böhm mein Lehrer gehörte. Er war Jurist, ich bin übrigens auch Jurist geworden, das war ein wenig verunglückt in Ihrer Vorstellung, Volkswirtschaftslehrer habe ich nebenbei betrieben, das haben Sie richtig gesagt, abgeschlossen habe ich ein Jurastudium und zwar in Bonn aus politischem Interesse und dann in Frankfurt, weil ich von Franz Böhm die schöne kleine Broschüre gelesen hatte, Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung. Damals gab es einen Streit darüber, ob mit dem Grundgesetz nur eine bestimmte wirtschaftliche Ordnung verbunden ist oder ob das Grundgesetz in der Frage der Wirtschaftsordnung neutral ist, ob man also eine Zentralverwaltungswirtschaft mit dem Grundgesetz betreiben kann, ja oder nein, hat Franz Böhm darauf aufmerksam gemacht, wenn man die Grundrechte ernst nimmt, kann man nur eine Marktwirtschaft machen und da ist es dann ausgeschlossen, eine Zentralplanwirtschaft zu machen. Klammer auf, die machen das im Schulwesen, Klammer zu. Also, das Wesentliche der Freiburger Schule der Nationalökonomie war dann, dass sie die Bedingungen benannt hat, unter denen Angebot und Nachfrage sich zu fairen Preisen ausgleichen. Dazu muss Wettbewerb auf beiden Seiten der Märkte herrschen, es darf nicht die eine Marktseite ein Monopol haben, es dürfen nicht beide Marktseiten Monopole haben, man soll Monopole nicht dadurch bekämpfen, dass man der anderen Marktseite auch ein Monopol zu bildet, billigt, wie wir das auf den Arbeitsmärkten heute noch machen, beiderseitiges Monopol, den Versuch mit einem Machtgleichgewicht die Verhältnisse zu regeln, sondern die Idee der sozialen Marktwirtschaft ist eben die, Machtlosigkeit auf beiden Marktseiten herzustellen, also eine vollständige Konkurrenz. Der Nationalökonom Walter Eucken, der die dominante Figur im Freiburger Kreis war, Walter Eucken hat in seiner Marktformlehre sehr anschauliche Begriffe gebildet, was ein Monopol ist, was vollständige Konkurrenz ist und was ein Oligopol ist. Beim Monopol, Marktbeherrschung, klar, ganz einfache Begriffsbildung, beim Oligopol, das sind wenige, sind auf einer Marktseite, entweder auf der Angebotsseite oder auf der Nachfrageseite, gibt es nur wenige Handelnde, von denen hat jeder Markteinfluss, war das, was Walter Eucken als den wesentlichen Unterschied zur vollständigen Konkurrenz herausgearbeitet hat. In der vollständigen Konkurrenz gibt es so viele Akteure, dass sie jeder für sich mathematisch gesehen natürlich Einfluss auf den Markt haben, auf die Menge des Angebots, auf die Höhe der Preise und so weiter. Mathematisch ist da ein Einfluss vorhanden, aber der ist so gering, dass der Einzelne am Markt aktive mit seinem persönlichen Einfluss auf das Gesamtgeschehen des Marktes nicht zu rechnen braucht. Er hat das schöne Beispiel verwendet, wenn Sie einen Eimer Wasser in den Bodensee gießen, steigt natürlich der Pegel des Bodensees, aber damit brauchen Sie dann nicht zu rechnen, das ist so wenig wahrnehmbar, was Sie da bewirken, damit rechnen Sie dann nicht, wenn Sie so etwas tun. Das ist ein sehr anschaulicher Begriff. Ich mache darauf aufmerksam, weil es in der Volkswirtschaftslehre dann ganz andere Begriffe über den Wettbewerb, Monopol und so weiter gibt. Da finden Sie bei denen, die mathematisieren, dann gerne so eine Vorstellung, da haben wir auf der einen Seite die vollständige Konkurrenz, auf der anderen Seite das Monopol und da sei dann so eine Linie dazwischen und dann ist zum Schluss die vollständige Konkurrenz ein Grenzfall des Monopols und das Monopol ein Grenzfall der vollständigen Konkurrenz, dass man das alles so linear denkt und nicht mit den ökonomischen Phänomenen die in die Anschauung hineinbringt, die das Marktgeschehen dann wirklich beeinflussen und erklären und einem Lehren konkrete Märkte richtig zu beurteilen. Dass man dafür ein Begriffssystem hat, das die Anschauung richtig anleitet, sodass Sie zu einer anschauenden Urteilskraft kommen können. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, dass die Volkswirtschaftslehre durch die berechtigten Versuche, volkswirtschaftliche Gesetzmäßigkeit auch in mathematische Form zu fassen, zum Teil in das mathematische Was-Spiel abgeglitten ist und gar nicht mehr weiß, was sie rechnet, sondern nur noch richtig rechnet. Ja, aber das so für Volkswirte nebenbei, das ist auch eines der methodischen Fragen, die manchen Meinungsstreit in der Volkswirtschaftslehre erklären. Jetzt mache ich mal eine weitere historische Sache. Ja, Ihnen allen ist klar, dass die Freiburger Schule der Nationalökonomie nochmal ein völliges Neudurchdenken der Grundlagen der marktwirtschaftlichen Ordnung war, dass man die Wildwüchse, die es bis in die Weimarer Republik hineingegeben hatte, die Nachlässigkeit gegenüber Kartellbildung usw., dass dazu alles neue Grundlagen gelegt wurden, um sich klar zu werden, der Staat muss eine aktivere Rolle einnehmen in der Setzung einer Wirtschaftsordnung, die zum Beispiel Kartelle nicht erlaubt, Monopole zurückdrängt, sich nicht darauf beschränkt, Missbrauchsaufsicht über wirtschaftliche Macht auszuüben, sondern die versucht, diese Machtpositionen zu zerstören, zu entflechten, wirklich zu vollständiger Konkurrenz zu kommen und sich nicht damit zu begnügen, dass es in Oligopolen ja ganz offensichtlich einen sehr harten Wettbewerb gibt, der menschlich für die Beteiligten oft unerträglich sein kann, hoch riskant ist, weil man von dem Handeln einzelner anderer Wettbewerber immer abhängt als Oligopolister. Das ist ein unberechenbarer Markt, dessen Reaktionen man nie so richtig voraussagen kann und deswegen sind die oligopolistischen Strukturen nicht nur immer in der Gefahr, so ausbeuterisch zu sein gegenüber der Marktgegenseite wie ein Monopol, sondern es sind vor allen Dingen auch Märkte, die deswegen nicht effizient sind, weil sie für die Beteiligten schwer zu überschauen sind. Sie haben ja gerade in den letzten Monaten von den Bemühungen des Kartellamtes die Benzinmärkte ein wenig zu durchleuchten wahrgenommen und da etwas gelesen über Parallelverhalten der Oligopolisten auf dem Medizinmarkt. Auf vielen anderen Märkten haben wir solche Vermachtungssituationen auch. Jetzt aber nochmal, welche gesellschaftlichen Strukturen wurden überwunden seit es die moderne Wirtschaftswissenschaft gibt, seit Adam Smith und so weiter. Was wir übernommen haben, waren feudalistische Strukturen, in denen ein Teil der Gesellschaft ausgebeutet wurde, im Wesentlichen von der Bodenbesitzenden Klasse. Man wuchs in privilegierte Positionen durch Geburt hinein und der Liberalismus hat versucht, diese Vorrechte der Geburt zu durchbrechen und diese Immobilität, die insbesondere mit den Rechtsordnungen Grund um Grund und Boden verbunden war, die zu überwinden, indem der Boden handelbar gemacht wurde. Wir haben heute eine für Liberale schon einmal ganz erfreuliche Verteilung des Bodeneigentums in der Gesellschaft, aber wir haben einen schwierigen Bodenmarkt. Ich komme da vielleicht noch im Einzelnen darauf. Der funktioniert nicht so wie andere Märkte. Die Bodenpreise verhalten sich anders. Wenn der Preis steigt, steigt nicht das Angebot, sondern es sinkt und so weiter und so weiter. Also wir haben ganz erikuläre Verhaltensweisen auf diesem Bodenmarkt und wir haben immer mit dem Bodeneigentum verbunden ein Einkommen, für das man nicht arbeiten muss. So wie die alten Vordalherren. Also jeder Bodeneigentümer darf sich als ein kleiner Vordalherr empfinden. Und wenn er ein durchschnittlich wertvolles Stück Boden hat, dann kann er sich demokratisch wohlfühlen und sagen, das ist doch einer Demokratie angemessen. Ich habe eine Bodenrente wie ein Vordalherr, auch bei meinem Einfamilienhaus. Dann habe ich eine Konsumentenrente, da kriege ich sie nicht in Geld, aber ich habe eben den Vorteil des schönen Grundstücks am See oder so. Ja, hatte auch der Sozialismus dieses Problem, dass jedes Grundstück natürlich wohnungsmäßig nur immer von einem genutzt werden kann oder einer Familie und dass da eben deswegen die schönen Seegrundstücke natürlich nach gesellschaftlichem Verdienst vergeben werden musste oder eben einfach in irgendeinem Erbgang weiter blieb und so weiter. Die wollten sich ja davon ganz frei machen. Eigentum an Grund und Boden sollte es nicht geben. In der DDR-Gesetzgebung war das richtiggehend Niemands-Eigentum. Es war nicht Staatseigentum, wie das hier im Westen dann gewesen wäre, in einer ähnlichen Struktur, sondern es war sehr bewusst als Niemands-Eigentum. Und dafür musste man auch nichts bezahlen für die Nutzung von Grund und Boden. Also eine Bodenrente fand da gar nicht statt in der sozialistischen Wirtschaftsordnung. Es gab dann nur aber natürlich die Realität der Konsumentenrente. Der eine hatte das schöne Grundstück, der andere das weniger gute Grundstück und so weiter. Es ist also ganz amüsant, sich mit der Bodenordnung der DDR zu beschäftigen, wo man die Grundbücher verbrennen wollte. Das brachten die Grundbuchbeamten dann Gott sei Dank nicht über sich. Die haben das erstmal in ein Lager verschoben und dort planmäßig vergessen, so wie gute preußische Beamte eben sind. Deswegen fand man noch so viele Grundbücher. Nur in der Realität war natürlich das Katasterwesen nicht mehr gepflegt. Die Grundstücksgrenzen waren alle untergegangen und so weiter. Und dann machten wir mit dem Einigungsvertrag den großen Fehler, zu sagen Rückgabe statt Entschädigung. Und das war natürlich eine ökonomische Vollkatastrophe, der dann ein Gesetz folgte, das Investitionsvorranggesetz, wo man das gerade zurückgegebene Eigentum sofort wieder enteignete, damit die Wirtschaft überhaupt in Gang kommen konnte. Lambsdorff hat das leider zu spät gemerkt. Ich habe ihn mal am Rande des Hannoveraner Parteitags zu der Frage zur Rede gestellt. Es war ein grober marktwirtschaftlicher Fehler, diese Rückgabe vor Entschädigung. Also man hätte entschädigen müssen, hätte man natürlich machen müssen, aber man hätte sich diese Grobheit des Investitionsvorranggesetzes hätte man sich sparen sollen unsichere Eigentumsverhältnisse verträgt, also unsichere Verfügungsverhältnisse verträgt eine marktwirtschaftliche Ordnung nicht. Ob man das über das Eigentumsrecht oder über andere Nutzungsrechte gestaltet, das ist eine der Fragen, mit denen man sich dann beschäftigen muss. Das war spätestens die erste Provokation, über die wir dann vielleicht noch im Detail reden können. Also wir haben im Übrigen in unserer Gesellschaft aber noch andere Einkunftsarten, für die man nicht arbeiten muss. Und wo man sich immer fragen muss, gilt da eigentlich der Satz, Leistung muss sich lohnen. Oder lohnt sich auch etwas anderes. Da haben wir noch das Kapital. Ganz ähnlich. Ewige Renten sind mit dem Besitz von Vermögen verbunden. Es fängt beim kleinen Sparer an. Und bei den Großvermögen sind die Vermögen dann so groß, dass sie Zinseinkünfte vermitteln, also Zinsen, Dividenden und ähnliche Kapitalrenten, die ein Volumen haben, die die Leute gar nicht mehr verzehren können, die diese großen Vermögen besitzen. Und durch den Zinseszinseffekt vermehren sich diese Vermögen gewaltig. Es gibt da so eine nette Faustformel. Wenn Sie den Zinssatz, den Sie wirklich erwirtschaften, auf Dauer kontinuierlich erwirtschaften, nehmen als Teiler für die Zahl 72, dann haben Sie die Zeitdauer, die es braucht, bis sich das Kapital durch den Zinseszinseffekt, wenn Sie von den Zinsen nichts verbrauchen, das angelegte Kapital verdoppelt hat. Also das sind 36 Jahre bei 2%. Denken die alle, das ist ja ganz wenig. Aber immerhin in 36 Jahren hat es sich verdoppelt, also in 100 Jahren hat es sich zweimal verdoppelt. Dann ist aus 1 zunächst 2 geworden, aus 2 ist 4 geworden, aus 4 mal 4 ist schon 16 geworden. Also es geht dann rasend aufwärts, der Zinseszinseffekt hat eine progressive Wirkung und nicht bloß eine lineare. Deswegen steigen die großen Vermögen rasant an, wenn sie einigermaßen vernünftig verwaltet werden. Das einzige Heilmittel, es gibt Abgänge, hoffentlich gibt es viele Kinder, dass es sich immer in viele Teile verteilt und es gibt Misswirtschaft und auch dadurch geht dann Vermögen von einer Hand in die andere. Meistens wird es ja nicht vernichtet, sondern nur der Besitzer wird gewechselt, etc. Wenn Vermögen verloren gehen, etc. der Volkswirtschaft bleibt es Gott sei Dank in der Regel erhalten. Also diese Dinge gibt es, aber wir müssen sehen, wir haben hier Phänomene in unserer Gesellschaft, wo man sich fragen muss, wie steht der Liberalismus eigentlich dazu? Hat das nicht einen feudalen Charakter? Auch die Kapitalrente, ähnlich wie die Bodenrente. Wäre es nicht wünschenswert, dass das so langsam verschwindet? Also es verschwindet schon. Das Kapital vermehrt sich und hat eine deutliche Wirkung auf die Höhe der durchschnittlich erzielten Zinsen. Der Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung hat in seinem Jahresgutachten 2007, 2008 mal schöne Grafiken gemacht. Dort wurde abgebildet, wie hoch sind die am Kapitalmarkt gewährten Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen, also für allererste Adressen und wenn wir davon, von diesen Nominalzinsen, die jeweilige Inflationsrate aus abziehen, was war dann die Realverzinsung? Und dann haben Sie Anfang der 80er Jahre dann noch Realverzinsungen von 6, 8 Prozent, dann hatten wir lange Zeit eine Realverzinsung in der Größenordnung von 4 Prozent, ein ziemlich schmales Band über eine lange Zeit und wir haben seit diesem vergangenen Jahrzehnt, also etwas seit der Jahrtausendwende, eine Realverzinsung bei 2 Prozent für zehnjährige, erstklassige Staatsanleihen. Wenn mehr Zinsen bezahlt werden, sind das Risikoprämien. Dann ist das im Vergleich zu der sicheren Anleihe, die Sie mit Sicherheit zurückbezahlt bekommen, ist dieser Risikozuschlag eine Art Versicherungsprämie, eine Gegenleistung. Und deswegen, wer dann höhere Zinsen bekommt, der muss dann, weil es ist eine Versicherungsprämie, gelegentlich auch mal einen Verlust erleiden. Das ist ja das, was über Griechenland jetzt diskutiert wird, soll man die privaten Gläubiger, die da zusätzliche Zinsen hatten und gerne eingenommen hatten, soll man denen jetzt sagen, das, was ihr mehr hattet, als bei einer Anleihe der Bundesrepublik Deutschland, das war eine Risikoprämie, jetzt bitte tragt dieses Risiko auch. Ihr habt Griechenland das Geld gegeben. Und also diese Fragen der Realverzinsung sollte man messen an den ganz sicheren Staatsanleihen von mindestens 10-jähriger Laufzeit. Und da ist das Zinsniveau, und zwar international, eben so stark gesunken. Das Kapital ist ja global verfügbar, global beweglich, deswegen gleichen sich die Kapitalzinsverhältnisse eben aus. Und der Sachverständigenrat hat das mit schönen Grafiken nachgewiesen, eben nicht nur für Deutschland und Europa, sondern eben auch für die USA und andere Länder. In dieser Situation sollte man sich fragen, ist dieser Prozess mit den 2% Realverzinsung eigentlich schon abgeschlossen? Kann sich das Kapital nicht weiter vermehren, wenn wir eine halbwegs vernünftige Wirtschaftspolitik machen, ohne große Wirtschaftskrisen, die natürlich zu realwirtschaftlichen Verlusten führen, negative Wachstumsraten der Gesamtwirtschaft real gemessen, und so weiter. Das Kapital kann sich selbstverständlich weiter vermehren. Und bei uns in der Bundesrepublik haben wir ja von den verfügbaren Einkommen eine Sparquote von 10%. Das heißt, der vorhandene Kapitalstock, der durch Abschreibungen und so weiter ja ständig neu erwirtschaftet werden muss, der aber, der bleibt erhalten. Und es kommen von den verfügbaren Einkommen ein Zehntel auf den vorhandenen Kapitalstock Jahr für Jahr dazu. Trotz der enormen Staatsverschuldung, die wir haben, und die wir als Liberale immer heftig bekämpfen, trotzdem sind wir Kapitalexportland bei dieser hohen Sparquote. Und die Frage ist dann immer, kommt der Kapitalexport aus unseren Warenexportüberschüssen oder kommen die Warenexportüberschüsse aus unserem Kapitalexport? Hat der Kapitalexport die Folge, dass es Nachfrage nach Gütern, die in Euro zu bezahlen sind, gibt, weil wir in Euro gespart haben? Also was da Henne und Ei ist, darüber mag man fröhlich streiten. Es ist jedenfalls so, dass es zwischen den Exportüberschüssen und den Kapitalexportüberschüssen deutliche Zahlungsbilanz und Wechselpostzusammenhänge gibt, die da für einen Ausgleich sorgen. Das Wesentliche war die Kapitalvermehrung in den aufstrebenden Ländern, wo noch mehr gespart wird als bei uns. Zum Teil nur aus dem Grunde, weil dort die Sozialversicherungssysteme schlechter entwickelt sind und bei uns und es für den Einzelnen mehr Motivation gibt, für seine persönliche soziale Sicherheit, so viel wie irgend möglich eben zu sparen. Und auch in diesen Ländern, nicht alles in dem eigenen Land, obwohl es eben Länder sind, die sich gerade aus dem Stadium eines Entwicklungslandes herausentwickeln und an sich ein Riesenkapitalbedarf da ist, sodass man eigentlich verboten sollte, diese Länder importieren Kapital, nein, sie exportieren Kapital, das dann auf die internationalen Märkte ging. Nach 2000 haben insbesondere die Amerikaner dieses fröhlich aufgenommen, denn deren Spatquote war bei 0%. Das ist jetzt seit der Krise wieder am Erscheinen, so in der Größenordnung, ich glaube 3 oder 4% ist es höchstens angekommen, bisher in den USA, von den verfügbaren Einkommen der Amerikaner. Sie importieren immer noch fröhlich global verfügbares Kapital. Damit erklärt sich dann ein Teil der Finanzkrise mit diesen internationalen Ungleichgewichten. Auf die Fragen können wir vielleicht noch eingehen. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen. Marktwirtschaftlich gibt es kein Argument gegen die Idee, dass sich das Kapital vermehren könnte, bis es aufhört knapp zu sein. Das heißt, dass dann eine 10-jährige sichere Staatsanleihe eine versprochene Realverzinsung von 0% nur noch hätte. Ganz egal, wie hoch die Inflationsrate ist, wenn die Inflationsrate 2% ist, wie es die Europäische Zentralbank anstrebt, dann würde eben eine Nominalzins von 2% abzüglich dieser 2% Inflationsrate eine Realverzinsung von 0% bedeuten. Das heißt, eine Vermögensvermehrung würde nicht mehr stattfinden bei den funktionslosen Investoren, wie Keynes sie genannt hatte, die eben ohne, dass sie selber persönliches Risiko für Investitionen übernehmen, sondern sie übernehmen nur das Risiko, jemand anders das Geld zu leihen und der zahlt Zins und Tilgung brav zurück. Er ist also ein sicherer Schuldner. In dieser Beziehung müssen sie sich diesen funktionslosen Investor, der eines sanften Todes sterben wird, das hat schon Keynes gesagt, wenn eben das Kapital sich eben vermehrt. Grund und Boden ist nicht vermehrbar. Wenn einmal der Zustand erreicht wäre, dass mehr oder weniger weltweit oder jedenfalls in den Ländern mit stabilen, ökonomisch stabilen Verhältnissen, der Realzins auf 0% sinkt, dann wäre Grund und Boden das einzige Wirtschaftsgut, das noch eine ewige Rente abwirft. Können Sie sich die ökonomische Konsequenz vorstellen? Grund und Boden wird dann nicht mehr verkauft, solange man noch irgendeine Freiheit hat, ob man verkaufen muss oder nicht. Dann wäre es dumm, Grund und Boden zu verkaufen, auch wenn das einzelne Grundstück nur eine sehr geringe Pacht oder Miete oder Rente eben abwirft. Wir würden einen Rückfall erleben in eine feudale Struktur. Es würde nur noch verschenkt, vererbt oder enteignet. Ja, also, gute ökonomische Entwicklung mit ungehemmter Kapitalbildung führt auf dem Bodenmarkt zu schwierigen Verhältnissen. Einer der drei Produktionsfaktoren ist für Investoren nicht mehr verfügbar, weil Grund und Boden nicht mehr verkauft wird. Er wird natürlich verpachtet werden. Aber ob das dann ausreicht für die Mobilität auf dem Immobilienmarkt, Sprache ist immer sehr verräterisch, Immobilien, sie sind schon heute zu Immobilien. Es wird heute von der Wirtschaft sehr häufig auf dem zweitbesten Grundstück investiert, weil man auf das beste Grundstück, obwohl es gar nicht genutzt wird, weil man an das nicht herankommt, weil der Bodeneigentümer es nicht verfügbar macht. Also weder verkauft noch vermietet oder ein Erbaurecht gewährt oder so. Man kommt nicht an die Nutzung. Wer mit offenen Augen durch unsere Städte geht, sieht Baulücken, aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass viele Häuser, die da stehen und scheinbar so, ja, okay, ist ja gar keine Baulücke, dass da keine vollständige Nutzung stattfindet, wie sie sich die Stadtplanung für diesen Bereich der Stadt einmal vorgestellt hat. Das zeigt, dass die Investoren, die neue Ideen für Unternehmen und so weiter haben oder für Wohnungsbau oder was auch immer, dass die an die idealen Grundstücke für ihr Investitionskonzept schon heute typischerweise nicht herankommen. Wir haben da Ineffizienzen, die sind ziemlich schlimm und die hängen mit den Interessenlagen der Bodeneigentümer zusammen, die man sich als individuelle Interessenlage sehr gut vorstellen kann. Aber der Witz der marktwirtschaftlichen Ordnung und der Witz marktwirtschaftlicher Politik ist, ich muss einen Datenkranz setzen, der dazu führt, dass das Einzelinteresse typischerweise genau in die Richtung des Gemeinwohls geht, des Allgemeininteresses geht. Nur deswegen können wir in der Marktwirtschaft alle freilassen. Dort, wo diese Bedingung nicht erfüllt wird, müssen wir mit Kontrollen eingreifen, mit Reglementierungen bei Monopolen und so weiter, mit Regulierungsbehörden und ähnlichen Dingen, wo wir es mit natürlichen Monopolen und so weiter zu tun haben. Also, ich denke, jetzt habe ich Sie genügend provoziert. Stellen Sie sich eben eine Gesellschaft vor, die die Bodenfrage lösen muss. Vielleicht im Sinne von Henry George. Wir steuern die Bodenrente einfach weg. Wäre ideal, also die Grundsteuer, die wir haben, ist ja ein Unfug, ersten Ranges, wir besteuern Investitionen. Sie haben ein Grundstück, Sie zahlen dafür eine bestimmte Grundsteuer und in dem Moment, wo Sie auf dem Grundstück investiert haben, müssen Sie eine höhere Grundsteuer bezahlen. Ist das sinnig? Nein. Es wäre viel sinnvoller, die Steuer umzulegen, nur noch auf dem Boden. Administrativ wäre das das Paradies für Steuererhebung. Da könnten Sie viele, viele Beamte einsparen. Die Bewertung des Bodens alleine ist nicht das Problem. Die Bewertung der Häuser ist das Problem bei den Einheitswerten, bei der Grundsteuer. Es gäbe natürlich ganz erhebliche Umverteilung der Steuerlasten, auch dann, wenn das Gesamtaufkommen so hoch bliebe wie heute. Aber das entscheidende, marktwirtschaftlich entscheidende, ist die Veränderung der Motivation. Wer mit seinem Grundstück in absehbarer Zeit nichts weiß, so umzugehen, wie es die Stadtplanung oder sonstige Landesplanung eben erlauben würde, wer das nicht mehr will, wer das nicht will, der würde früher oder später dieses Grundstück abgeben, wenn ihm die Steuer zu hoch wird. Ich erspare Ihnen jetzt nicht den schrecklichen Gedanken, die Steuer bis auf die Höhe der Bodenrente anzuheben. Dann würden die Bodenpreise verschwinden. Die Investoren hätten nicht das Problem, für Grund und Boden Kapital aufwenden zu müssen. Grund und Boden wäre kein Kapitalgut mehr, wenn er so mit Abgabe belastet wäre, dass die Bodenrente vereinnahmt würde für die Allgemeinheit. Was die dann damit macht, ist eine andere Frage. Man kann es im allgemeinen Steuertopf verschwinden lassen, wie Henry George das wollte, nach seinem Konzept einer Single Tax, nur noch eine Steuer, nur noch die Besteuerung des Bodens, alle anderen wirtschaftsschädlichen Steuern, weg damit. Das war sein Konzept. Also ich neige eher dazu zu sagen, mit John Stuart Mill, es gibt einen Unterschied beim Eigentum, das sind die vom Menschen geschaffenen Sachen. Niemand war verpflichtet, diese Sachen für mich zu schaffen, ich muss sie bezahlen. Und dem Grund und Boden, den jeder irgendwie nutzen muss, wenigstens für Wohnen, wenigstens konsumtiv, aber auch eben als Produzent, immer wieder Grund und Boden benötigt. Wir geben hier jedem einen gleichen Anteil. Das hat Gott geschaffen. Das ist ein Geschenk an die Menschheit, die Erde. Alle Rohstoffe kann man dazu denken, stellen Sie sich mal vor, wie die Scheichs uns also ständig über die Bodenrente in die Höllen Öleinnahmen absahnen. Und sie sind sich dieses Rechtes so wenig sicher, dass sie das Öl ganz schnell ausbeuten und dann das erworbene Geld aufs Schweizer Konto legen. Ja? Die haben gegenüber den anderen Palästinensern und so weiter, die Ölscheichs, alle ein schlechtes Gewissen. Das ist unser arabisches Öl. Das ist die Sonntagsrede. Und die Wahrheit in die eigene Tasche. Ja? Also, wir haben hier ein Problem. Der Mensch wird auf der Welt geboren und es ist für ihn kein Platz vorgesehen. Jemand anders muss das für ihn mit dem Platz, wo der neu gekommene Mensch erscheint, mieten, pachten, kaufen, sonst irgendetwas. Und wenn er stirbt, naja. Also jedenfalls, die Armen sind dann meistens bei den interessanten Grundstücken auch schon 60 Jahre alt. Ja, ich mach da nichts mehr. Das ist der Grund, weshalb so viele Grundstücke wenig genutzt werden. Also nicht in vollem Maße genutzt werden, vor allen Dingen. Und weil dann infolgedessen die Stadtplanung immer mehr Freiflächen mit Bebauungsplänen überziehen muss unsere Städte zersiedelt werden, sich dann eine vernünftige Infrastruktur von der öffentlichen Hand gar nicht mehr bezahlen lässt in dieser zersiedelten Landschaft. Wir bräuchten eine wesentlich verdichtete Rebattebauung. Nur noch ein Beispiel dafür, Hongkong steht auf Kroneigentum. Einer der kapitalistischsten Staaten der Welt steht auf Kroneigentum. Es gibt dort nur Erdbaurechte. Es funktioniert. Die Ausgestaltung im Detail, darüber kann man dann sicher diskutieren. Israel, auch ein marktwirtschaftlich orientiertes Land. 97 Prozent, entweder beim Jüdischen Nationalfonds oder Staatseigentum. Also, man sollte mal das Gedanken in Bewegung setzen und sich anschauen, wie gehen die damit um? Machen die daraus eine Privilegienwirtschaft wie die DDR? Ja, wer liebt Kind ist, kriegt das gute Grundstück. Ja, bei der Gründung des Staates Israel war man sich der Problematik, dass die Palästinenser, denen man das Land abkauft, in eine Knechte-Situation abgleiten könnten, sehr bewusst. Auch die Juden durften nur so viel Grund und Boden erwerben oder zur Nutzung bekommen, wie sie mit ihrer eigenen Familie bewirtschaften können, war einer der Grundsätze, mit denen man da versuchte, sozial zu steuern. Also mit Marktwirtschaft ist sowas vereinbar. So viel als Provokation und nun Feuerfragen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.